Willkommen zu FOCUS 5 News. Prof. Dr. Wolfgang Gstötner, der an der Universitätsklinik für HNO-Erkrankungen AKH in Wien, Österreich arbeitet und selber dort Vorstandsmitglied ist, informierte kürzlich, dass das CI eine gute Neuentwicklung sei. Wenn einem Baby früh ein CI implantiert werde, habe es bessere Entwicklungschancen betreffend Hörvermögen und Spracherwerb. Bei Kindern, die erst spät implantiert werden, ist es schwieriger. Sie sind in ihrer Sprachentwicklung weniger erfolgreich. Herr Gstötner berichtete, dass eines von 1000 Babys gehörlos zur Welt kommt. In Wien werden pro Jahr 80 Babys mit einem CI versorgt. Bei der herkömmlichen Operation wurde ein Teil der Hörschnecke entfernt und deren Funktion durch das implantierte CI ersetzt. Damit war es aber schwierig, hohe Töne wahrzunehmen. Das Tiefton hören war möglich. Jetzt wurde diese Operationsmethode verbessert. Die eröffnete Hörschnecke wird mit einer Kortisonlösung so abgedeckt, dass die in ihr enthaltene Flüssigkeit bewahrt wird. Daraufhin wird das CI implantiert. So kann die implantierte Person später auch hohe Töne hören. In Österreich gibt es etwas Spezielles für Gehörlose. Einen Adventskalender mit Gebärden. Dieser ist im Internet unter www.adventhören.at zu finden. Man kann jeden Tag im Internet ein Kalendertörchen öffnen und die Gebärdenvideos schauen. Vier verschiedene Teams haben zusammen diese Idee entwickelt. Die Innenhofstudios, Tonstudios, die Senft- und Partnerunternehmenskommunikation, der Österreichische Gehörlosenbund und die Gebärdenwelt. Die Tonstudios arbeiten im Bereich Audio, Musik, TV, Film, Multimedia usw. Sie verfügen über eine moderne Technik mit hoher Qualität. Die Firma Senft & Partner war verantwortlich für die PR-Arbeit, Grafik und Gestaltung. Auch ihre Arbeiten sind qualitativ hochstehend. Diese beiden Firmen arbeiteten fleissig und veröffentlichten das Resultat im Internet. Ihr könnt nun euren Freunden einen Weihnachtsgruss per Mail verschicken und sie einladen, im Internet den Advent zu geniessen. Das Bundesministerium für Soziales und Arbeit in Deutschland hat seine eigene Webseite gehörlosengerecht gestaltet und Gebärdenvideos eingefügt. Über das Thema UN-Konvention gibt es darin viele verschiedene Inhalte, zum Beispiel über die Ideen und Ziele dieser Konvention und die dadurch verbesserten Rechte. Alles ist dort zu finden und wird mit Gebärdenvideos gezeigt. Gehörlose können diese Videos schauen und so in Gebärdensprache verschiedene Informationen zur UN-Konvention erhalten. Unter www.bmas.de gibt es für Gehörlose und Hörgeschädigte einen besseren Zugang zu diesen Informationen. Im iPhone sind neue Gebärdenvideos enthalten. Bis jetzt war dies nur in Amerika und Frankreich der Fall. Nun wurde das gleiche für Deutschland entwickelt. Der deutsche Verlag, Karin Kästner, wird im ersten Quartal 2010 Gebärdenwörter im iPhone und iPod Touch herausbringen und veröffentlichen. Dieser Verlag arbeitet zusammen mit dem Design- und Technikpartner 21Tour Interactive GmbH aus Reutlingen, Deutschland. Gemeinsam werden die Videos entwickelt und hinzugefügt. Das iPhone verfügt über genügend Speicherplatz, um viele Gebärdenwörter einzufügen. Die vielen Interessenten, die bisher die Gebärdenvideos auf PC und Mac schauten, können diese nun auch auf dem iPhone ansehen. Eltern gehörloser Kinder, Personen, die die Gebärdensprache lernen möchten, Studenten, Dolmetscher, Gebärdenkurslehrer und Schwerhörige können diese Gebärdenwörter nun überall abrufen. Sei es in der U-Bahn, in der Schule, als Vorbereitung für Dolmetscher, die eine Gebärde nachschauen möchten, oder auch für Kursleiter, welche die richtigen Gebärden für den Unterricht benutzen wollen. Bei Focus 5 wird es am 14. Dezember um 19 Uhr einen Live-Talk mit der Miss Handicap Corinne Barat geben. Corinne wurde am 22. Oktober zur Miss gekürt. Focus 5 spricht mit Corinne über ihre bisherigen Erfahrungen, ihre Aktivitäten als Miss Handicap, ihre Aufgaben und Ziele, die sie erreichen möchte. Wir freuen uns auf den baldigen Live-Talk mit Corinne. Das war's von Focus 5 News. Bis nächste Woche. Auf Wiedersehen. Das war's von Focus 5 News. Bis nächste Woche. Auf Wiedersehen. Vielen Dank.